da ist es ob du schüchst ob du klein dumme spinne da machst du ja eine menge arbeit falls dir aufgefallen ist das kann nicht sein dass fische im stehenden wasserspawn das probieren wir damit auch gleich aus noch falls packen da oben fische eier rein so als probstation und sterben nämlich auch nicht sofort nach der geburt werden da gemütlich hunde in unser aquarium getrieben schwimmen schneller ich spiele gleich mal aus das müsste eigentlich funktioniert haben nein es hat nicht funktioniert jetzt darf das funktioniert haben nein ich hab doch nicht doch hoch 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 und los ich dachte ich hätte oben jetzt eben eine kleine und ländliche wasserquelle geschaffen naja so kann man sich täuschen ach das haus ist noch ein bisschen schwerer sind aber wenn man eine weile nicht spielt und wieder spielt dann wissen wir das naja genau und das haben wir gerade eben erst gebaut und genauso veröffent wie soll ich denn da eine ausrede für finden super jetzt aber wir spawnen die und hier vorne geht es dann ein ins becken wenn es dann funktioniert wie ich mir gedacht habe enderman ich sehe dich ich gucke dich an und du kannst nichts dagegen tun die frage ist halt wie viel licht braucht so ein fisch zum spawnen jetzt theoretisch kann man das nicht kann man nicht wenn man einen platz zum fenster freilassen damit das fenster nicht toll zu bauen können wir hier kein sinn machen oder mhm mhm ****** mhm jörg mhm 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 Ach, ist mir hinten. Wo denn? Aber die Erfrisse doch gleich hier hin. Da haben sie viel mehr Spawning. Platz. Tür. Das selbe Spiel nochmal. Wo wollen wir? Alles mit Glas. Kann man reinschauen? Da kann man wohl wieder spawnt. Ach, jetzt war ich wieder still. Ich werde auch noch überlegen. Und nur so komme ich auf die Einfälle. Das hier mal reinzulegen. Und wieder hoch. Und Glas, Gas, Glas. Und jetzt kommt das. Und wieder hoch. Und jetzt kommt das. Und jetzt kommt das. Gut, dass ihr da seid. Gold. Cute. Hat jetzt auch von der Seite auch die Vlies-Animation. Diese Bugs manchmal hier. Wie jetzt. Auch im Holz drunter gesetzt. Das würde aber, glaube ich, nicht sein. Und zwar, wenn wir nämlich Fischeier mitbringen wollen, müssen wir die irgendwie oben in das Brutbecken reinkriegen. So, können wir das dann nämlich. Ich bin gespannt, ob wir spawnen. Tür. Wo ist er? Da ist er. So, unser Fisch-Spawning-Raum. Das, was wir verstehen haben. Das war Schnellstehen, das war sowohl es an der Seite trotzdem diese Textur hat. Wir gehen kurz Fische jagen. Also Fische-Eier-Sammeln durch Fische jagen. ja komm spinne jetzt nicht mehr kz aufführen und dann wird sie ja machen hier ist sowieso weit und freundlich zu sehen Das ist natürlich kein Ei fallen. Kommt Fischis, ich will bloß eure ... Das klingt irgendwie falsch, wenn ich das jetzt habe. Kommt, da ist eine Höhle. Gucken wir gleich mal. Aber erst kommst du her. Komm her. Auch kein Ei fallen gelassen. Hat schon was das Haus, gell? Was ist oben das mit dem Holz? Da sind ganz viele. Die werden dann irgendwo hingetrieben. Wir hauen hier Fisch und Fisch. Nein, sparen wir es auf dem Platz. Gucken wir mal hier. Da, 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 das sieht aus wie ein Fischerei. Hast du ein Fischerei? Ja, ein grünes Fischerei. Wir sind so glücklich. Wir haben ein grünes Fischerei. Und Schildkröne. Töck. Na du. Fischerei. 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 Steckt ja nicht an der Schildkröne. Das würde ja nichts nützen. Ach, Mann. Ach, die Schildkröne. Die ganze Zeit hat dieses komische Geräusch. Das ist aber trotzdem sehr dunkel hier das Gras. Da haben wir es mit. Das müssen wir auch mal weiter rausziehen. Irgendwann, das machen wir dann zusammen mit, wenn hier das alles links zieht, so terraformt wird halt hier so, so ungefähr, ne das wird ja alles auf die Höhe geformt, genau, alles bis auf vorne, guck mal, zack zack zack, bis auf hier, weil ich sonst die Treppe neu machen müsste und darauf habe ich keine Lust, da kommt vielleicht noch Stein rein, also mal schauen. Gut, dann haben wir unseren ersten Fischi für die Fischi-Boot-Station, dann können wir mal schauen, ob Fischi länger überlebt als andere Fischi, der ja irgendwie gleich gestorben ist, wo, oh, rein da, gegen den Strom, gegen den Strom, gegen den Strom, ja, da ist es, Fischi, ja, viel Spaß beim Schlüpfen, so, jetzt haben wir immer noch, für eure Vorschläge, einmal das hier, oder das hier, oder für gute Vorschläge, einen großen Raum zur Verfügung, ansonsten den, klar, den ich noch nicht genau weiß, wie ich ihn nutzen werde, ich mache mal Fakkeling ran, da kommen wir wahrscheinlich, ich bin da ran, dann lassen wir mal das Fakkeling, hab ich unten nur die Ecke gebaut, Fakkelinge, ne, haben wir nicht um die Ecke gebaut, genau, und dann kommen wir erstmal weg, ah, Fischi 2, so, dann gehen wir jetzt in unserem Aquarium, Na? Achso, ich hab auch einen neuen Skin. Hier. Ich glaub ich so ein Oktoberfest-Bayern oder sowas. Das ist in Mithaspus grad so voll, um's zu zeigen. Schauen wir mal. Ja, auch gut. Eisen. Nett. Nett, nett. Weg damit. Weg, 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 weg. So, jetzt kommen wir hier. So. Jo. Können wir gleich am Mars trinken gehen? Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal das in Oktoberfest-Bayern. Äh, ja. Entweder ist der schon wieder gestorben. Oder die Fallen werden gespawnt durch den Boden und schwinden in der Ewigkeit. Könnt. Ach, da ist er. Schwimmen die mal nach oben. Da müssen wir die Ohrreihe und wässern. Das ist doof dann. Da oben schwimmt er. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Fischi hier drinnen. Hier halt also. Ah, es geht schon wieder runter. Cool. Und wenn es halt mehrere sind. Dann. Das ist halt richtig cool dann hier, gell. Quarium beobachten. Schade, dass hier diese Texturen nicht mehr sind. Vielleicht werde ich die... Verschmälern die Ränder. Ich hoffe die Honeyball verzeiht mir das. Wenn die überhaupt mal im Let's Play irgendwann mal irgendwie... Sie tankieren sollte. Dass ich in ihrem Texturen ein paar Komfortwerke. Der andere natürlich auch. Ich habe mich vergessen noch wie es heißt. Ach, nette Couch. Eine Birkenholz Couch. Eine Birkenholz Couch. Apropos... Ja... Dann wäre doch... So, Sitzfläche... Ach, gleich ganz weich. Das ist... Ja... Also... Untertitelung des ZDF, 2020